So, da bin ich auch schon wieder zurück. Der neue Trailer ist jetzt auch da. Also erst bringt Fortnite gar nichts raus und jetzt kommt eins nach dem anderen. Ich würde sagen, wir reagieren einfach mal zusammen drauf. Im Stream bin ich gerade auch noch online, aber das läuft quasi so nebenher. Also das ist jetzt einfach nur der neue Trailer. Hat jetzt schon 200.000 Aufrufe nach 10 Minuten. Geisteskrank. So, erstmal den Ton an, dann schauen wir mal, was uns erwartet. Also die Map scheint schon mal selbst gleich zu sein und wenn ich schon sehe, was da rauskommt, bitte keine Panzer. Das könnte die Waffe sein, wo jeder gesagt hat, mit dem bemannten Panzerwagen, dass einer obendrauf sitzt und schießt. Also Map scheint sich nicht großartig zu ändern. Was ist das für eine Waffe? Na, das ist immer noch die alte Waffe. Das mit dem Panzer könnte wieder bedeuten, dass wir Dynamit bekommen oder so. Oder wie wissen sie noch mal? Na, sag schon. Ihr wisst, was ich meine. Die Anheft Dynamit Kacke da. TNT. Jetzt kommen wir. Die kennen wir doch. Ja, den Skin. Aber den Skin hatten wir doch schon mal recht, ey. Der soll ja auch in Battle Pass reinkommen. Oh. Das wäre natürlich auch krass, ey. Wenn wir ein Item bekommen, womit du alles wegmachen kannst, was gebaut wurde. Auf einem gewissen Radius. Oh Gott, ey. So, wir wissen schon, wer da kommt. Das ist also das, was uns erwartet. Tja, dann warten wir mal, bis es losgeht. Denn ich kann es euch gerade ganz schnell zeigen. Warte mal, das war mein altes Overlay. Achtung. So sieht es derzeit noch aus. Aber wir warten einfach da mal zusammen. Und in dem Sinne würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Vergesst nicht, ein Like da zu lassen. Und in dem Sinne, haut rein. Ciao. Ciao.